Amerika ist ein Doppelkontinent der Erde, der aus Nordamerika und Südamerika besteht, häufig aber auch in Nord-, Mittel- und Südamerika aufgeteilt wird. Amerika erstreckt sich in seiner Nord-Süd-Achse 15.000 km vom 84. Breitengrad Nord bis zum 56. Breitengrad Süd. Der östlichste Punkt liegt auf Grönland beim 11. Längengrad West und der westlichste ebenfalls in Nordamerika auf dem 172. Längengrad Ost auf der Aleuten-Insel Atu. Der Doppelkontinent hat eine Landfläche von etwa 43 Millionen Kilometer Quadrat und ist damit etwas kleiner als Asien. In Amerika leben über 900 Millionen Menschen. Namensgebung Der Name Amerika wurde vom Vornamen des Italieners Amerigo Vespucci abgeleitet, der die Amazonas-Mündung entdeckte und als erster davon schrieb, dass der im Zuge der transatlantischen Fahrten von Christoph Kolumbus entdeckte Erdteil nicht Indien oder Asien ist, sondern vielmehr ein eigenständiger Erdteil sein könnte. Als der Freiburger Kartograf Martin Waldseemüller an einer Neuausgabe der Geografia des Betulermius arbeitete, hatte dessen Kollege, Der Dichter Matthias Ringmann, gerade Vespucci-Schreiseberichte gelesen und hielt ihn fälschlich für den Entdecker der Neuen Welt. Ringmann verfasste die Begleitschrift zur von Waldseemüller gezeichneten Karte, die gemeinsam mit ihr am 25. April 1507 unter dem Titel Cosmographie Introduction erschien. Darin schrieb er, Ich sehe nicht ein, warum nicht nach dem Entdecker Amerigo, einem Mann von klugem Geist Amerige, also das Land des Amerikus oder Amerika, genannt werden soll. Denn sowohl Europa als auch Asia sind Namen, die sich von Frauen ableiten, Matthias Ringmann. Cosmographie Introduction 25. April 1507 Kopien der Karte verbreiteten sich schneller als Waldseemüller den Irrtum korrigieren konnte. In seinem größten Kartenwerk von 1513 tauchte der Name Amerika nicht mehr auf, stattdessen wies er darauf hin, dass der Kontinent von Christoph Kolumbus im Auftrag des Königs von Kastilien entdeckt worden war. Bis zu seinem Tod wollte er den neu entdeckten Kontinent Brasilien oder Papageienland nennen. Bereits wenige Jahre nach dem Erscheinen dieser Karte sprach die Fachwelt ausschließlich von Amerika. Wohl auch, weil dies eine gelungene Wortschöpfung war. Spätere Versuche anderer Kartografen, den Kontinent nach Kolumbus zu benennen, führten lediglich zur Benennung von Kolumbien. Die Erben von Kolumbus erreichten erst im 16. Jahrhundert durch ein Gerichtsverfahren, das Kolumbus als Entdecker Amerikas festgeschrieben wurde. Alternative Bezeichnungen dieses Erdteils sind Doppel, Kontinent, westliche Hemisphäre, neue Welt, über See, westfeste, vierter Kontinent. Westindien Die Bezeichnung Indianer für die Ureinwohner Amerikas entstand durch den Irrtum, es handele sich bei der erreichten Küste um einen Teil Asiens. In der iberischen Welt und im kolonialen Amerika wurde der Kontinent bis weit ins 18. Jahrhundert weiterhin Indias, die Indien, genannt. Die englische Bezeichnung Indien kann sowohl Inder als auch Indianer bedeuten. Zur Unterscheidung werden die Ureinwohner Amerikas normalerweise als American Indians oder Native Americans bezeichnet. In Kanada auch als Aborigines oder First Nations. Unterteilung Man kann den amerikanischen Doppelkontinent einerseits in die Kontinente Nordamerika und Südamerika einteilen. Andererseits wird Mittelamerika häufig als eigener Teil angesehen. Letzteres ist im plattentektonischer Hinsicht sinnvoll, da Nordamerika größtenteils auf der nordamerikanischen Platte, Südamerika größtenteils auf der südamerikanischen Platte und Zentralamerika auf der karibischen Platte ruht. Durch die politische Grenzziehung, die sich nicht an der plattentektonik orientiert, gibt es jedoch Abweichungen dieser Zuordnung. Zu Nordamerika im engleren Sinne gehören Grönland, Kanada, die USA, der größte Teil von Mexiko und mehrere Inselstaaten. Im weiteren Sinne gehört ganz Mittelamerika zum Kontinent. Von Cap Mauritius bis zum Isthmus von Darin sind es etwa 10.000 Kilometer. Höchster Gipfel Nordamerikas ist der in Alaska gelegene Denali. Der obere See mit einer Fläche von etwa 82.000 Quadratkilometern ist der zweitgrößte See der Welt. Der Festlandteil Nordamerikas südlich des Isthmus von Tewantepec wird als Zentralamerika bezeichnet. Zentralamerika zusammen mit den Inseln der Karibik wird als Mittelamerika bezeichnet. Mittelamerika wird im Allgemeinen nicht als eigenständiger Kontinent aufgefasst, sondern zum Großteil als zu Nordamerika gehörig angesehen. Mittelamerika umfasst den Südteil von Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama auf dem Festland. Auf Inseln liegen die Staaten Bahamas, Kuba, Jamaika, Haiti, Dominikanische Republik, St. Kitz und Neves, Antigua und Barbuda, Dominika, Barbados, St. Lucia, St. Vincent und Grenada sowie Überseegebiete anderer Staaten, insbesondere die Turks- und Kelkis-Inseln, Puerto Rico, Jungfern-Inseln, Anguillo, St. Martin, Sabar, Sint Justatius, St. Bartolomé, Guadeloupe, Martinique. Je nach Abgrenzung werden aus kulturellen Gründen auch Trinidad und Tobago sowie der größere Nordteil Mexikos zu Mittelamerika gezählt. In Zentralamerika gibt es an der Pazifik-Küste sehr viele tätige Vulkane. Der Nicaragua-See hat mehrere hundert Inseln, davon sind einige auch tätige Vulkane. Dieser See entstand durch vulkanische Abtrennung vom Pazifik, wodurch sich hier einzigartige Süßwasser-Varianten von Hain- und Schwertfischen gebildet haben. In Zentralamerika liegt der Panama-Kanal. Südamerika Südamerika umfasst die Staaten Kolumbien, Venezuela, Guayana, Surinam, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay und Brasilien auf dem Festland sowie das häufig zu Nord- bzw. Mittelamerika gerechnete Trinidad und Tobago vor der Nordküste sowie das Überseedepartement französisch-Gayana auf dem Festland. Die niederländischen Inseln Aruba, Bonnere und Curaçao vor der Nordküste sowie die zwischen Argentinien und Großbritannien umstrittenen Falkland-Inseln im Südosten des Kontinents. Paraguay und Bolivien sind die einzigen Binnenstaaten von ganz Amerika. Mehr als die Hälfte Südamerikas ist tropisches Gebiet. Im westlichen Bereich dominiert das größte Gebirge Amerikas die Anden, das Landschaftsbild. Der höchste Berg sowohl Südamerikas als auch des gesamten Doppelkontinents ist mit 6962,97 Metern Höhe der nahe an der chienischen Grenze in der argentinischen Provinz Mendoza liegende, vergletscherte Eckhankagwe. Die Anden entstanden durch die Subduktion der sogenannten Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte. Entlang der tektonisch sehr aktiven westlichen Küste findet sich eine Vulkankette, die weiter im Süden zu der Feuerland genannten Vulkan- und Geysertundra hin ausläuft. Zwischen den Anden und dem Pazifik liegt im heutigen Nordchile die Extremaride-Atacama-Wüste. Im Nordosten findet sich das Bergland von Guyana und südlich davon das Amazonasbecken mit dem Amazonas seinen unzähligen Zuflüssen, fruchtbaren Überschwemmungsgebieten und Urwäldern. Der Amazonas befördert ein Fünftel des ins Meer fließenden Süßwassers. Das Becken wird im Süden vom stark verwitterten brasilianischen Bergland begrenzt. Die Teilung der Welt in drei Wirtschaftsräume basiert auf der wirtschaftlichen Triade mit einer Region mit Europa als Zentrum, Asien-Pazifik mit Japan und China als Vorreiter und die beiden, drei Amerikas. Diesen industrialisierten Zentren werden dann weitere Regionen zugeschlagen. Wobei die Zuordnung der Länder in den Vertriebabteilungen der verschiedenen Firmen nicht einheitlich ist. Amerikas umfasst unter anderem Nordamerika in einem Sinne, der mit Kanada, USA und Mexiko dem NAFTA-Raum entspricht. LATAM Lateinamerika und Karibik Nala Nord- und Latinamerika In dem Falle, dass die Karibik als EMIA-C zu EMIA gerechnet wird. Engelsächsische und lateinamerikanische Interpretation Im englischen Sprachraum werden Nord- und Südamerika als getrennte Kontinente betrachtet. Amerika wird als Kurzform für die Vereinigten Staaten gebraucht, während der Doppelkontinent mit The Americas bezeichnet wird. In Lateinamerika und im spanischen und portugiesischen Sprachraum Europas wird Amerika als ein Kontinent betrachtet. Gesamtamerikanische Organisationen Es gibt nur wenige Organisationen, wie Z. B. die Organisation amerikanischer Staaten und die geplante amerikanische Freihandelszone, die den gesamten Doppelkontinent betreffen. Die meisten amerikanischen Organisationen und Bündnisse betreffen nur Lateinamerika und die Karibik. Siehe auch Besiedelung Amerikas Geschichte Amerikas Entdeckung Amerikas 1492 Entdeckung Amerikas Amerikanistik